21W, 40A ist draußen und dies sind die Änderungen. Fangen wir mit der Weltgeneration an. Dörfer generieren weniger und weiter auseinander, um Dörfer wieder etwas mehr besonders zu machen. Viele der bestehenden Biome wurden umbenannt. Diese alle aufzuzählen würde die Länge des Videos sprengen. Dadurch ist aber ein neues Biom aufgetaucht und zwar der Sparse Jungle. Dieser ist an sich ein Dschungel, bei dem die Bäume weiter auseinander generieren. Wahrscheinlich haben sie dieses hinzugefügt, um den Übergang zu anderen Biomen natürlicher aussehen zu lassen. Unter der Erde in gefluteten Höhlen generieren mehr Magma-Blöcke, um das Atmen in diesen zu vereinfachen und gleichzeitig generieren auch gefühlt doppelt so viele Mobspawner unter der Erde. Die Kies-Generation wurde auch geändert. Diesen kann man jetzt auch unter der Höhe 0 finden. Und wenn wir schon unter der Erde sind und bei Weltgeneration? Die Erz-Generation. Diese wurde schon wieder verändert und ist anscheinend auch immer noch nicht final. Hier sind beide Bilder. Rechts vom neuen Snapshot und links vom letzten Snapshot. Wie man sieht, gibt es in höheren Gebieten jetzt mehr Smaragde und Eisen. Kupfer geht mehr nach unten und nach oben sowie auch mehr in der Mitte. Und Diamanten und Gold wurde auch erhöht, je tiefer man geht. Kommen wir jetzt noch zu einigen erwähnenswerten Änderungen. Wenn man in der jetzigen Minecraft-Version seine erste Nachricht schreibt, gibt es nach dem Abschicken immer einen kurzen Leck. Dieses Problem wurde jetzt behoben. Für jeden Kupferblock bekommt man in einem Stonecutter neuerdings vier geschnittene Kupferblöcke. Dann haben wir noch die glühenden Tintenfische. Die spawnen jetzt nur noch unter der Welthöhe 30. Und zu guter Letzt schon wieder eine Änderung bei den Axolotl. Die spawnen jetzt nur noch in Wasser auf Lehm und nur in Lush Caves. Und das war's auch schon. Wer mehr Infos möchte, guckt bitte in den angepinnten Kommentar unter diesem Video. Vergesst nicht diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren wie die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Au rein und bis dann.